Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Gleich mal befördern. Bitteschön. Und du fliegst vom Azulnebel. Ah, du willst mich stalken. Du willst mich stalken. So, Energiekern. Das ist halt das Ding, ich spiele Sto just for fun. Also ich mache das echt nur aus Spaß. Müsste ich den Stoff, hatte ich? Nein. Ich mache das echt nur aus Spaß und deswegen, ich quäle mich zu nichts im Spiel. Wenn ich irgendwas habe, wo ich denke, wozu, warum mache ich das? Es ist mir einfach zu viel für das, was ich kriege. Da ist mir die Zeit so kostbar. Ich meine, wenn du acht Stunden am Tag arbeiten bist. Über acht Stunden, wenn du noch die Hinfahrt rechnest, Rückfahrt rechnest, die Bautze zwischen, also ich bin eigentlich gute zehn Stunden am Tag nur für Arbeit unterwegs. Dann, wenn du noch einkaufen bist. Dann noch irgendwie was daheim machst. Dann noch mit Junior und so. Ist ja schön mit Junior, aber ist ja auch anstrengend. Mit Junior und Koro im Bett fertig machst und das Ganze. Und dann noch, sagen wir mal, es geht wirklich vom Aufstehen früh bis abends mindestens um 8. Und da bist du einfach fertig. Da bist du einfach fertig und da hast du keinen Bock noch groß zu sitzen. Ich fühle mich da einfach gezwungen. Ich fühle mich einfach gezwungen, bei solchen Farming-Events, mich ins Spiel zu quälen und jeden Tag so ein Zeug zu machen. Da fehlt mir einfach die Abwechslung und die Unterhaltung. Ist ganz ehrlich so. Und das mag ich nicht. Äh, und das muss ich auch sto-negativ ansagen. Da sind wir wieder beim Thema, dass ich definitiv kein Arschkriecher geworden, PWE und Kro bin. Definitiv nicht. Das Schöne an den Events ist, sie sind primitiv und einfach. Sie sind wirklich primitiv und einfach. Jeder kann sie machen und die dauern nicht lang. Äh, das ist der andere große Vorteil. Schalten sie die Kraftfeld aus. Aber das ist auch mal schön, dass der mit diesem Größenvergleich hier, ne. Sieht schon geil aus, ne. Ausweichen halten, jetzt können sie mich sehen. Ich habe ja auch die Folge auch erst wieder gesehen gehabt. Die Mirror-Folge von Enterprise. Wo es ja im Prinzip, ähm, ja auch in diesem Toljana-Base, so wie hier die TOS, äh, die Feind, war das ja, ähm, statt zu, also fest geankert war, wo sie dann geklaut haben. War ja auch geil gemacht, ne. Pfeil, aber die haben halt die Enterprise C geholt, ne. Das ist ja die Enterprise, also hätten sie die Ambassador genommen oder sowas, aber nein, das ist die Enterprise. Ähm. Das passt halt nicht ganz, ne. Ich meine, die waren ja eigentlich im Kampf und sie war ja auch. Zeitlich und technisch frage ich mich, wie das hier eigentlich alles reinpasst, ne. Bis beim Azur-Nebel. Und dankeschön, dass du dabei sein darfst. Natürlich, also hier bei den Red Shirts darf jeder dabei sein. Wie viel haben wir denn eigentlich momentan? Wir haben Mannschaft momentan 58. 58 Mitglieder. Ähm. Okay, Level-Technisch aber auch sehr viel dabei hier von, von, äh, vom Krieger Level 3. Von, das ist der Killer-Marshmallow. Ah, okay. Und, äh, Wiskit. Wiskit ist nun auch ein Dribble. Dankeschön für den Follow. Hallöchen und herzlich willkommen. Und dein Schiff ist die RW Wenka. Welche Folge war das nochmal? Äh, meinst du die mit der Toss Enterprise? Das war auch Staffel 4 von Enterprise. Ähm. Die hieß, glaube ich, Amira Starkly. Die hieß, glaube ich, Amira Starkly. Das war eine Doppelfolge. War die erste Mirror-Folge von Star Trek, die erst einmal keinen Bezug auf das bekannte Universum hatte. Denn die anderen Folgen waren immer Bezug auf das bekannte Universum. Äh, bei Toss war es ja so, dass die, ähm, dass, äh, so Sachen Spock und, äh, Kirk vertauscht wurden. Also, der böse Kirk und Spock waren in der normalen Welt und die guten waren in dieser Mirror-Welt. Ähm. Bei DS9 sind die auch durch Transporter-Unfälle und solche Geschichten immer wieder mal in die Welt gekommen. Also, da war eine Verbindung da. Bei Enterprise war das erste Mal, dass es keine Verbindung gab. Die, ähm, die Mirror-Universe gab's dann einfach plötzlich. Das war einfach nur zwei Folgen plötzlich in dieser Mirror-Universe. Ähm. War interessant. Sehr interessant, aber mir hat ein bisschen die Verbindung gefehlt. So, noch gar mal ein bisschen. So. Energie-Level. Bam. Was ist, was mit Spiegel oder so? Ja, äh, am Minus Darkly fast, hieß die Folge. Oder im finsteren Spiegel. Irgendwas in der Richtung. Wie das zeitlich reinpasst, ist eigentlich einfach zu erklären. Okay. Ich bin mal gespannt. Also, ich finde die Ambassador-Klasse eigentlich ein schönes Schiff, ne. Es ist ein sehr unglaublich würdiger Nach... Also, ich nenne es jetzt mal Zwischenschiff. Zwischen Excelsior-Klasse und Galaxy-Klasse. Wenn man bedenkt, dass die Ambassador-Klasse für eine TNG-Folge mal eben schnell entwickelt wurde. Das heißt, man hatte ja damals die TNG-Folge, wo die Enterprise aus der Vergangenheit kam. Etatia, ja. Und das hieß, man muss eben mal schnell eine Enterprise, ein C, entwickeln. Ähm. Alle Enterprises wussten, die Designer, da hängt unheimlich viel dran. Man muss eine Enterprise jetzt entwerfen. Auch für die Galaxy-Klasse. Da hängt ein ganzes Team dran, wo mehrere zig Entwürfe macht und, und, und. Und alle anderen Schiffe, das sind mehr so Beiläufer. Hier mal schnell Design, da mal schnell, ich sage mal schnell Modell gebaut und fertig. Ähm. Und, ähm. Dieses Schiff, die Enterprise C, ist ja eigentlich auch so ein mal eben schnell gemachtes Schiff, weil sie es für eine Folge gebraucht haben. Aber dafür ist es unheimlich gut geworden. Unheimlich gut geworden. Es hat sehr viele Komponenten von, von der Excelsior-Klasse, aber auch sehr viele Komponenten von der Galaxy-Klasse. Also es ist ein unglaublich würdiges Zwischenschiff zwischen Excelsior-Klasse und Galaxy-Klasse. Definitiv. Leider auch viel zu selten gesehen in Star Trek. Viel zu selten. Hätten wir gern mehr gesehen. Die Einladung mit, in der Enterprise-Mirror-Folge war genial, mit Cochran am Anfang. Ja, wo er erschossen wurde, ne? Wo er erschossen wurde. Ambassador. Ambassador. Ja, stimmt. Ambassador. Ich sage immer Ambassador. Ambassador wird gesprochen. Ist klar. Ja, stimmt. So, ich muss mal hier... Vor allem muss ich mal da hier... Die ganzen Fähigkeiten, die sind ja total durcheinander gekommen, ja? Ich glaube, das Zeitschiff ist mittlerweile auch schon da, oder? Ja, die passt. Also, hier, komm. Den kann ich auch. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt... Bei den Klingonen... Ich muss echt mal... Das ist echt ein Problem für mich. Ich kann nicht groß, nicht auswendig, welche Symbole hier für was sind. Muss ich echt mal lesen? Wow, lass mal ablassen. Okay. Vor allem, wenn du dich die ganze Zeit auf dem anderen Schiff gewöhnt hast. Da weißt du einigermaßen, was was ist. So, wenn du mal kurz an die so ein Schiff fliegst, musst du mir erst überlegen, was was ist. So, das große Schiff hier doch, oder? Gut, das ist schon weg. Ich muss noch was klären, da mein Vater nervt, weil er meint, ich soll vom gemeinsamen Rechner ist, weil ich mich ja nicht mit dir treffen muss. Was? Achso. Weil du ja draußen gewartet hattest, okay. Du brauchst einen eigenen Rechner. Am Handy ist Hoshi Imperator. Ja, das fand ich ja auch so geil, dass die so hinterhältig war, ne? Hat die aber gut gestatten, die Rolle. Hat mir echt gefallen, dass sie, dass sie dieses kleine, kleine Blümchen mal zu, zu einer fleischfressenden Pflanze wurde. Also hat mir gefallen, also die Rolle hat hier wirklich mal gestanden und hat sie mal von der anderen Seite gezeigt. Die Ambassador war im Dominion-Krieg öfters zu sehen. Echt? Muss ich nochmal gucken. Aber sie war allgemein, wenn im Hintergrund zu sehen. So, die Excelsior-Klasse war sehr oft zu sehen in TNG. Wenn sich die Enterprise mit dem Schiff getroffen hat, dann war es meistens ne Galaxy-Klasse. Oder auch mit ne Constitution-Klasse. Eigentlich, so wie jetzt die Enterprise A. War ja groß gar nicht mehr zu sehen. Obwohl, wenn du bedenkst, dass das Schiff, die aus der gleichen Zeit stammt, wie die Miranda-Klasse zum Beispiel, auch sehr, sehr oft noch vorhanden war. Waren so Schiffe wie die Constitution-Klasse? Das ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden, ne? Die Hände wieder. Was ist denn mit den Händen los? Alter! Was hab ich denn da für einen Klingonen? Ich muss nachher echt mal gucken, ob ich das nur in den Cutscenes hab. Alter Vater! Wir sind hier, um korrekt zu sehen. Es wäre unverantwortlich, dass wir uns zurück in Zeit mit der Enterprise C gehen lassen. Und diese Zeitlinie auch kompromissieren. In TNG gibt es ja die Folge, die alte Enterprise. Und das ist ja quasi die mögliche Version der Zukunft. Ja, das stimmt schon. Muss ja echt mal auch... Alter, das sieht aus, ey. Wie Edward mit den Scherenhänden, ey. Als ob das so fette Spinnen an den Händen hätte. Boah, da krieg ich Gänsehaut. Ich muss echt mal gleich auf mein Schiff gehen. Oder irgendwo rumlaufen auf dem Ground, um zu gucken, ob mein Charakter diese Hände hat. Irgendwas stimmt doch da nicht, ey. Das kann doch nicht sein. Ah, nochmal die scannen. System verlassen. Jo, es gab Nimbus. Ach, ich freu mich immer so auf Nimbus. Obwohl das letzte Mal ja geil war bei den Schweinen, ne? Bei den Schweinen war's geil. Kann man nix sagen. So. Da unten haben wir immer noch Dreadshots. Ladatido. Haben wir noch mehr Kira. Ist aber nicht wegen mir da. Alter, was gibt's denn hier? Genau, oder Schiff gibt's auf jeden Fall. Das will ich... Warte mal, es gab doch Kammer-Schlachtkreuzer. Was ist denn das eigentlich für ein Schiff gewesen? Konnte man das Ding irgendwie sehen? Konnte man natürlich nichts sehen. Ist ja klar, ne? Konnte man natürlich nichts sehen. Wie sieht denn das Ding aus? Wie sieht denn das Ding aus? Äh, Waffen 4, Heck 3. Höhlenstärke 24, Commander, Besatzung 700. Äh, wuh, 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 wuh. Wie sieht denn das Ding aus? Ich muss es echt mal auspacken. Weil ich wissen will, wie das Ding ausschaut. Ähm, ich muss dann vor allem mal zum... Nach Kronos fliegen. Da. Ach, das ist dieser... Dieser, äh, ich sag mal... Watcher-Klassenverschnitt, ne? Der ist das. Ja, muss ich da mal vergleichen, wenn ich Level 30 bin mit der Watcher. Welche ich lieber nehme. Muss ich dann echt mal vergleichen. Plasma-Fundierer. Weg. 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 Was willst denn du? Du bist... Unentdeckte Verschlusskiste. Ach, zufällig ein Gegenstand. Ich hätte ja zufällig noch ein paar Schlüssel, ne? Die könnte ich ja mal aufmachen. Aber, ne. Ganz ehrlich, da verkaufe ich die Schlüssel lieber auf der Tauschbörse. Ähm... Ja. Du siehst mich? Wo siehst du mich? Im Stream? Wo bist du? Wo bist du? Ladatido war's nicht. Wo bist du? Wenn du mich siehst... Wo bist du? Wo bist du? Ich parke mitten im Nebel. Ja, der Nebel ist groß. Aber wo weiß ich jetzt auch nicht. Da hätten jetzt Kito mehr. Guck mal an. Sarah Jones. Okay, ich muss jetzt nach Kornos, wollte ich. Machen wir Autonavigation. Ich nutze den Flug immer gern zum Reden. Äh... Auf Konsolen dasselbe mit den Händen bei der Mission. Achso. Äh, auf der Konsole dasselbe. Ich hab aber die Mission schon öfters gespielt. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich das hatte. Siehst du, ich wollte auf meine Brücke gehen. Aber das seh ich ja gleich, wenn ich auf Kornos bin. Ähm... Du siehst mich. Der lebt nicht auf großen Füßen, sondern auf großen Händen. Aber die sahen so spinnenartig aus. So... Boah! Bevor so einer kommt mit den Händen so auf dich zu. So... La-Ti... La-Ti-Odo. La-Ti-Odo. Macht einfach Namen, den man aussprechen kann. Erinnert mich an die TNG-Folge, wo alle in die urzeitliche Version, dass sie das spätestens versetzt wurden. Ja, mit, mit, ähm... Wo doch hier nach, äh, Reginald Barclay, ähm... Die Barclay... Das Barclay-Virus oder Barclay, äh, irgendwas, ähm... Wo er dann eine Spinne wurde. Ja, ja. Da fand ich auch Worf ganz interessant, zurückversetzt. Das war, ja, das war auch eine geile Folge. So, ich wollte... Das hier wollte ich überlegen, ne, ob ich die Hüllen-Refieder-Herstellung noch dazu mache. So. Und langsam kann ich hier da unten auch weitermachen. Okay. Was gab's noch eigentlich bei Technik? Schwache Kumpel. Waffenaktivierung entzieht dem Gegner außerdem Systemenergie. Höhere Plasmaschaden über Zeit. Das zusätzliche Plasmaschaden durch die Waffenaktivierung wird zu Flächenschaden, der nahe Gegner treffen kann. Dann muss ich ja mein Schiff für später tatsächlich auf Plasmaschaden umbauen, ne? Hm, 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 hm. Wenn ich...